herzlich willkommen leute zu einer weiteren folge blackmail fukong wir sind jetzt im kapitel 5 das heißt neues gebiet neue gegner viel zu erkunden ich habe richtig lust drauf legen wir los leute ok leute hier sind wir stehen geblieben bevor wir es vergessen sollten wir die relikte hier mal sofort einstellen das haben wir das letzte mal ja viel zu spät bemerkt also was haben wir denn hier absolut erfrischt erhöht die kritische treffer chance das ist geil nach dem einnehmen von medizin nicht schlecht leben wirkt sich auch für alle gegen um das ziel herum aus ich benutze leben oft jede ausgerüstete mixtur erhöht die lebenswiederstellung des tranks leicht ich nehme aber absolut erfrischt weil ich ja manchmal so medizin nehme mit dem fokus erhöhen und dann mit vierfachen fokus kritischer treffer wäre richtig heftig also das okay was ist das jetzt hier für ein abgefucktes gebiet ich sehe schon ihr seid sehr nett schöner empfang hier geistessenz bist du da ja ich hoffe wir finden hier noch irgendwelche gold fäden da würde ich mir gerne ein neues set mal craften das wäre schon geil ich finde es wirklich schade dass die ressourcen so knapp sind oben schütze mit feuer hier ist auch viel feuer vielleicht können wir dann wieder diese feuer abweisende dingen für uns benutzen also ich meine diesen feuer festen umhang ich rüste ihn jetzt mal aus vielleicht brauchen wir ich höre hier irgendein geschrei was ist hier los gott steht wer war das das war ein stier oberst was okay wow ja ich sage ja krieg okay wir wurden nicht erwischt was fahrlachs wer ist der boss der dahinten oder was das ist nicht der bau das ist der boss ist das fair ich denke nicht na gut leute dann machen wir eben unsere doppelgänger und unser bar ihr seid so viele das können wir gebrauchen dann machen wir platt eine schattengottengänger kümmert sich um die da hinten und scheint ja das ist doch perfekt und ich mach den hier platt perfekt Moment der kampf hat aufgehört ich verstehe gar nichts machen wir erstmal alle anderen platz ja tatsächlich wir können mit ihm sprechen jetzt kommst du zur vernunft wir stehen anscheinend auf derselben seite ich glaub du hast glück aber egal passt okay also im endeffekt haben irgendwelche leichen hier diesen berg und alles überfallen und da kamen irgendwelche karren vorgefahren besondere karren und wir müssen irgendwie herausfinden wie wir diese leichen oder diese karren zerstören kann goldbaumkern geil was haben wir hier kalte eisenblätter und in beiden truhen war echt viel geistessenz drin geht's hier irgendwo hin da sind sie wieder meine unsichtbaren wände ich liebe sie was ist das was da ist ein karren das ist einer dieser karren willst du mich veräppeln okay schauen wir mal ob wir schaden machen wir machen doch schaden man kann die richtig umhauen okay der feuerfeste umhangen wir jetzt glaube ich gut ich verstehe nicht wo die schwierigkeit hier sein soll der steht da ich kann einfach auf ihn einschlagen ich weiß wirklich nicht aber okay vielleicht kommt da doch was oh nur nicht davor stehen weil sonst macht sich das vorher glatt von der seite ich weiß nicht vielleicht gibt es ja auch karren die du nicht da oben laufen kannst dann wäre es bitte okay okay haben wir ihn easy fight mehr oder weniger der steht halt da ich stehe seitlich und schlag auf ihn ein okay johu schrei hier sind neue gegner typen was ist das zum beispiel okay das ist ein armer armer typi hier okay er explodiert noch da sind zwei explodierköpfe und ein harter typ hmm vielleicht ist da hinten auch noch einer bleib mal locker dann kann ich euch mal erledigen nicht getroffen okay wer bist du er macht natürlich auch feuer klar machen die alle feuer das ist übrigens ein wiedergänger brandfratze hey die kennen wir schon diese typisch das sind die gleichen gegner wir schon hatten die aber jetzt brennen okay okay du siehst echt stark komm wir mal rein hier wer bist du was ist denn das den hat sich richtig umgehauen okay der ist sehr stark das heißt wir machen das hier weil wir nichts riskieren alles zerstört darüber muss ich jetzt erstmal sinieren das ist geil wir hören weiter die kritische trefferchance pro sekunde im wolkenschritt rät 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 leute alter das hat mich erwischt ich war ziemlich weit weg was kriegen wir hier setzlinge vom berg linkteil ist wieder was für die heilung ja was haben wir denn hier schönes geil endlich gibt es so ein harter zu nicht vor allem Oh, Junge. Kommt hier ein Boss? Ist groß hier irgendwie. Könnte ein Boss kommen, denke ich. Vater der Steine. Ich dachte es mir. Hallo, Vater. Kannst du dich verhärten? Wer hat gesehen? Warum hat er ein Skelett in der Hand? Wir wissen es. Wir wollen es vielleicht aber gar nicht mehr. Ist der wirklich so schwach? Vielleicht haben wir zwei Phasen? Wäre nicht möglich. Hauen wir mal rein. Ich weiß nicht. Bis jetzt macht er sehr, sehr wenig. Okay, jetzt macht er was. Ein bisschen was zumindest. Warte mal. Wir gehen mal in Deckung. Schauen wir mal, was er macht. Pro Sekunde erhöht sich mein Crit-Schaden. Das war wohl kritisch, denke ich. Wow. Er hat sich aber umgelegt. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war es aber. Was ist die Miss Seiden? Da kommt eine zweite Phase. Nein. Aha. Die Tür kann man aufmachen. Moment. Aber diesen Bereich möchte ich dann schon noch vorher angucken. Ah. Seht ihr diesen Gegner? Von dem habe ich das gedroppt bekommen. Übrigens meine Maske. Der letzte Folge. Das ist der Gegner. Der droppt diese Maske. Ja, nee. Lass es mal, bitte. Nö, lass mal wieder. Also gerade hat er nichts gedroppt. Aber manchmal droppt er das anscheinend. Aufstiegspuder. Aha. Lebensrettende Pastille. Ja. Und ein bisschen Geld. Knoten der Leere. Eigentlich geil. Muss echt weggehen, weil die explodieren. Shit. Alles klar. Nee, hier ist noch eine Duftrewe. Verdammt nochmal. Wir können tatsächlich jetzt nochmal einmal verbessern. Wobei, ich glaube, ich habe sie maximal verbessert. Wirklichens wir kriegen eine neue Gurte irgendwo. Er ist auch nicht sonderlich stark. Er fällt um und steht dann erstmal nicht auf. Ich weiß auch nicht. Die Gegner ist echt kein Ding. Ja, das hat sich ja gelohnt, da hinzugehen. Und jetzt können wir hier die Tür aufmachen. Hä? Noch ein Karren? Wo denn? Hier ist irgendwo ein Karren. Der nächste Karren. Oh, da unten. Oh, der schießt echt weit. Oh, da muss der erstmal hinkommen. Oh, jemand braucht Hilfe. Was geht hier ab? Okay, mal sehen. Der Karren ist sehr weit unten. Da müssen wir erstmal hinkommen. Und hier ist ein besonderer Gegner auch. Ja, den müssen wir sofort machen. Oh nein. Mitzerbrechen. Das macht extra Damage. Geil. Oh. Boah, da musste ich jetzt schnell weg. Oh. Alter. Okay. Da kommt noch einer von hinten. Hier sind sehr viele. Ich sag's ja. Sehr gefährlich hier. Und die könnten auch Feuer sparen, ne? Die sind mit Spoke. Okay, explodiert jetzt. Ach du Scheiß. Es ist wild hier. Alter. Oh shit. Okay, du bist tot. Alter, geht doch. Wow. Ach, der schlägt ja nochmal. Warte. Wow. Ist der auch explodiert? Die explodiert auch nochmal. Heilige Scheiße. Das war richtig gefährlich hier. Brandfratze. Aber was ist mit unserem begonnenen Bossfight? Ich glaube, wir müssen woanders dafür hin. Gebetsperlen. Moment, Moment, Moment. Beschleunigt den Aufbau von Fokuspunkten moderat. Das ist gut. Wir laufen jetzt einfach mal weiter. Leute, wir werden schon zu diesen Karren kommen. Oh, da ist nochmal so ein Heini. Tschüss, Heini. Jetzt geh ich auch weg. Ja, ne? Tschüss. Und hier ist die Kiste. Ja, ich glaube, wenn wir den Weg weiterlaufen, dann werden wir schon auf den Karren treffen. Und was haben wir hier? Sehr viel Geistes-Sense, aber naja. Ja, ja, ja. Von diesem Eisensand, von dem ganzen Zeug, habe ich so viel mehr als genug. What the shit? Okay, aber hier kommen wir bestimmt zu diesen Karren, oder? Da vorne ist, ja. Ja, wir brauchen Brandschutz. Und Brandschutz kann ich eigentlich nur so machen mit meinem Ding hier. Das mache ich jetzt mal. Hopp, hopp, hopp. Da sind wir sicher. Gut, dass wir das noch haben. Ja, ich helfe dir doch. Ich komme doch. So, jetzt müssen wir reinhauen. Ja, ich mache jetzt mal so viel, umso schnell Schaden, wie ich nur fahre. Halt, ist ja down. Ich kann leider halt hier kaum ausweichen. Das ist ein komischer Fight. Aber wir werden schon überstehen. Denke ich jedenfalls. Komm schon, ein Klasse. Ja, voll. Hä? Ist das ein Fuchs? Sollen wir ihm trauen? Oh. Da kommt was. Was ist das? What? Wind schnell. Shit. Boah. Jetzt hätten wir auch wieder Dingboot gebrauchen können, nicht wahr? Und seinen Feuerschutz. Okay. Egal, verschwinden wir erstmal. Okay, los geht's. Oh, wir machen nicht so viel Damage. Okay, da fliegt er schon mal weg. Das ist schon mal ganz nett. Ui, 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 ui. Aber wir haben noch genug Haltung. Wir könnten sie schon down kriegen. Ob wir machen, dass wir schaffen. Ich auch einfach rein. Neun! Ausgerechnet jetzt. Aber er macht ja auch irgendwie nichts. Keine Ahnung, ob das wirklich ein Gegner ist. In dem Sinne. Okay, shit. Aber wir haben ihn gleich. Jedenfalls den hier. Der erwischt mich jedes Mal, gell? Aber jetzt haben wir ihn. Auf jeden Fall stehen hier. Wow. Okay, probieren wir Long. Vielleicht ist er ja blitzanfällig. Ich kann gar nichts machen. Äh. What the shit. Was war runter? Wir können wenig ausrichten mit dem Long. Er ist nur am fliegen. Ich komm gar nicht hin. Na, ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Das bringt gar nichts. Verwandeln wir uns zurück. Es hat keinen Effekt. Rollte. Oh, wir machen deutlich mehr Schaden als Long. Jetzt kommt wieder dieser heiße Atem. Sollten wir, glaube ich, einfach nur flüchten. So, wir können uns ja diese Medizin geben und nochmal richtig reinhauen. Na los. Es macht Damage. Hahaha, nicht getroffen, oder glaubst du's? Oh mein Gott, komm endlich runter. Okay, jetzt aber. So ein Arsch. Ja, ist gut. Jetzt können wir aber ein bisschen drehen. Kalt. Komische. Und hier der Fight. Oh, jetzt kommt der heiße Atem. Okay, ich hau einfach ab. Das Geile ist, wir können einfach abhauen und aufladen. Und wenn der fertig ist, hauen wir rein. Ich wusste doch, dass du jetzt da den Scheiß machen würdest. Okay, wir kriegen ihn schon noch down. Gott, der nervige Typ. Ah shit, da hat er uns in den Scheiß. Okay, jetzt haben wir ihn eigentlich so gut wie. Das war's mit ihm. Meine Güte. Komische Fight, aber nicht sehr schwer. Das war's mit ihm. Also ich traue ja noch nicht ganz. Moment, der Stierkönig? Okay, wir sind hier echt bei Son Goku angekommen. Aber ich hab die Reise nach West ein bisschen gelesen. Das ist ja tatsächlich so. So ein bisschen. Das ist dann demnach Chichi. Das ist ja tatsächlich so. Das ist ja auch so. Also, ich bin ein ganzer Mann. Ich bin ein bisschen langsamer. Ich bin ein bisschen schmerzen. Ich bin ein bisschen schmerzen. Das ist ja auch so. Ich bin ein bisschen schmerzen. Aber ich bin ein bisschen schmerzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin der Mann, ich bin der Mann. Ich bin der Mann, dass ich seine Eltern schmerzen. Ich bin der Vater, der er sich nicht aufmerksam ist, dass ein Kind oder kleiner Kind von Kindern angetauscht ist? Kleine, das kleine Hohle und Hohle. Ich glaube, hier. Wenn du nicht das Schmerzen der 3-Belle Brühe wie denn das so krass ist, dass ich nicht so mache. Der Mann ist ein Schmerz. Ich bin der Hohle und Hohle, dass ich die Brühe nicht verrunde. Das ist eine große Herausforderung. Tja, können wir ihr trauen oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich traue ja noch nicht ganz. Aber das ist halt so lustig, weil wir sind hier anscheinend auf dem Berg. Und da ist der Stierkönig, wie bei Dragon Ball eben. Das ist ja von Wukong sehr stark inspiriert. Und jetzt haben wir hier den Stierkönig und seine Tochter war doch Chichi. Mit dem dann Son Goku hat sie doch dann irgendwann geheiratet. Ach komm, im Shop sind Goldfäden und Geisteskerne. Ja, ich kaufe die alle. Auf geht's, hey damit. Krass. Aber die neue Rüstung stelle ich jetzt nicht her. Ganz einfach, weil sonst wieder weg ist. Die ganzen schönen Goldfäden. Aha, da geht's weiter. Klar. What, da hinten? Was bewegt sich da? Ist das der Stierkönig? Nein, oder? Der ist ja riesig. Ja, und bei Dragon Ball konnten sie auch das Feuer nicht löschen auf dem Berg. Das war doch das Problem. Und dann hat halt Muten Roshi sein Kamehameha gemacht. Da war's gelöscht. Werden wir jetzt hier reingelegt? Aller Patches? Wir machen es selbst. Wir brauchen kein Patches. Brennofental. Oh mein Gott, das ist wie in Kapitel 2, die Gegner. Die Felsenköpfe. Die sind gefährlich. Wow. Jungen, herrscht mich nicht. Aber die halten auch nichts aus. Oh, der Schild. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Sehr gut. Sieht cool aus hier, so mit der Lava und alles. Oh, es sind wieder diese... Es sind wirklich fast identische Gegner wie aus Kapitel 2. Ja, ja, ja. Aber die sind irgendwie noch schwächer wie in Kapitel 2. Ich weiß nicht warum, oder? Unser Stab ist so gut. Keine Ahnung. Darf ich da runter? Oh Gott, das ist ein Besonderer und wir sind in der Lava. Ist das eine gute Idee gewesen, hierher zu kommen? Ich glaube nicht. Oh shit. Vielleicht können unsere Doppelgänge irgendwas tun und ich verpiss mich mal. Das war ja richtig beschissen. Du bist mal bitte auf ihn ein, ey. Shit. Hier kriegen wir Feuer ab. Ich muss die besiegen. Schnell. Was für eine komische Situation. Okay, geschafft. Okay, was ist denn dieser blöden Kiste, ey? Kuhnstahl. Okay, das ist schon gut gewesen. Es geht. Man kann hier drüber laufen. Oh mein Gott. Das war völlig unnötig, mein Quatsch dann. Wow. Was geht denn hier? Neue Gegner. Die sind wirklich überall hier. Wer meldet sich denn? Alter, damit habe ich nicht gerechnet. Wozu hast du überhaupt ein Schild, Junge? Wozu hast du ein Schild, hä? Zum Sterben. What? 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 Er macht viel Schaden. Monster. Was bist du? Alle burnen hier irgendwie, ey. Voll nervig. Ja, ja. Oh, der ist dahinter. Kommst du nicht hervor? Ich glaube, er schafft es gar nicht. Er ist manchmal ziemlich unfähig, muss man sagen. Das können wir ausnutzen. Aber ich brenne auch. Okay, jetzt nicht mehr. Komm mal her. So, jetzt stört mal. Wer bist du? Zehnter. Was? Okay. Ja, hier steht's. Wow, wow, Berg. Das ist der Berg, auf dem eben der Ding lebte, der Affe. Der echte Affe. Hä? Moment, sind wir jetzt also wieder am Ding. Die Originalgeschichte geht nämlich so, dass der Affe bei seiner Rückkehr... Also, es ist eine andere Geschichte. Ich mache es jetzt mal kurz. Der den Stierdämon dort antraf und den erst mal vertreiben musste. What is here los? Was ist das da? Ist das ein Kahn? Sieht so aus. Erstmal die Geistes-Sense. Das ist schon 1200. Was ist das hier? Ziehen. Nicht? Von dem Bösen nicht befreien. Tja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich will jetzt nicht nochmal hier ziehen. Hm, gehen wir mal. Man könnte da hingehen. Ach, komm. Ich tue es. What? Nein, Boss, und ich habe überhaupt nichts mehr. Ist das bescheuert? Jedes war das gleiche hier. Ich würde gerne schreien zum Ausruhen und Boss halte es hintereinander. Hau mal rein hier. Alter, was für ein Radius macht denn der Kerl? Ja, ja, ich gebe mir mal das Ding, damit ich hier keinen Brandschaden nicht kriege. Und wir auch nicht interessieren. Nein. Okay, wir machen einfach weiter. Bis wir unseren vierten Punkt haben. Jetzt haben wir ihn. Und jetzt fällst du reinhauen. Boah, Junge. Ja, wir machen ihm trotzdem Platz. Weil der Affe einfach stark ist. Boom, Alter. Fiber. Alter, geht's euch gut? Hau, Häuptling. Dann kommt der nächste Häuptling. So ein Witz, ne? Die Hitbox, Alter. Geh weg, Alter. Das war doch mal ein lustiger Abstecher. Und jetzt weiter. Wie wäre es jetzt mal mit einem Schrei nach diesem zehn und langen Gebiet? Loset! Das war mal stark, das war's mit ihm. Ohne Schild ist für nichts, Junge. Sehr gut. Was, wir haben drei Punkte? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Gebt mir die Kiste. Himmlisches Band. Oh, so gut. Ja, das himmlische Band braucht man jetzt für die nächste Verbesserungsstufe. Für die... Airtrack-Chance. Für die Rüstungen. Deswegen. Was kommt hier oben? Bitte jetzt nicht noch ein Bossfight? Hallo? Ich meine, okay, wir würden ihn vielleicht sogar schaffen. Oh-oh. Es sieht mir nach einem Bossfight aus. Ja. Wieder so ein Zweier-Boss. Ja, okay. Der fängt einfach mal mit Laser. Alles klar. Alter, du gehst mir auf den Sack. Oh, wir werden verlangsamt. Das ist so ein Flieger, der sowas macht. Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Ich sehe nicht viel, aber okay. Hau auf dich jetzt hier ein. Hä? Ich weiß nicht mal, was mich gerade umgehauen hat. Ist du der andere? Ich weiß überhaupt nicht, was hier abgeht. Scheiße, der hat mich erwischt. Sau du. Alter, das kann nicht sein. Kann ich auch mal. Ich darf nicht zuschlagen. Aber jetzt mal. Na also. Aber er ist schwer. Schwer. Die sind sau weird. Jetzt kommt der andere. Voll weird. Na ja, voll weird. Okay. Wir haben wenigstens noch den Long. Fällt mir ein. Den können wir auch noch nutzen. Darf ich? Ich kann mich nicht bewegen. Der hat mich verlangsamt. Hey, was für miese Scheiße machen die hier bitte. Okay, vielleicht müssen wir wirklich heftige Medizin nehmen. Wir nehmen jetzt heftige Medizin und dann kannst du mich mal am Arsch lecken. Und was hältst du davon, ne? Komische Wolken. Scheiße. Tschüss, auf Wiedersehen. Er ist weg. Glaubst du es? Genau in dem Moment. Er hat so ein weirdes Moves, den glaubt er. Trotzdem. Bye, bye. Bye, bye. Im letzten Moment. Bye, bye, sag ich. Bye, bye. Tschüss. Noch ein feiner Goldfaden. Okay, nicht schlecht. Aber trotzdem, dass sie uns hier, ich weiß nicht wie viel harte Gegner und Bosse ohne eine Möglichkeit sich aufzuladen stellen. Okay, wir haben es geschafft, aber fühlt sich nicht gut an. Okay, und was ist das jetzt? Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ah ja, und hier ist aber ein Schreiner. Gott sei Dank. Oh Gott. Okay, Leute, wir müssen jetzt auch langsam. Oh, Moment. Die Schätze nehmen wir doch schnell mit. Was ist das hier? Oh. Maximale Manaerhöhung. Okay, geil. Und hier? Okay, Ressourcen normaler Natur. Okay, okay. Alles klar. Ist aber immer cool. Sammelt sich an. Okay, Leute. Ja, cool. Machen wir das nächste Mal weiter. Ich bin mal gespannt, was die Story hier ergibt. Weil ich halt eben von Dragon Ball einiges so Parallelen hier sehe. Aber gut, vielleicht ist es an den Haaren herbeigezogen. Werde ich dann schon sehen. Auf jeden Fall werden wir es sehen. Das Gebiet finde ich interessant. Ist auch gar nicht mal ohne. Aber ich finde es auch gut machbar. Die Bosse waren jetzt auch kein großes Ding. Wir werden sehen, was da noch für Bosse kommen. Bestimmt irgendein Harter, der ein oder andere. Leute, vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. Peace. Bis zum nächsten Mal.